Ha, da bist du ja endlich Kakarot. Jetzt kämpf gegen mich, wenn du nicht willst, dass die Erde noch weiter zerstört wird. Vegeta! Ja, wie wir sehen, steht es entscheidend nicht gut um Vegeta. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er ist auf jeden Fall zum Beispiel auch ein Super Saiyajin, aber er hat irgendeine böse Kraft in sich, nämlich Babidi Dain kontrolliert, aber Final Impact. Oh Gott, nein, ich hasse das. Okay, Vegeta, okay, ganz ruhig, beruhig dich. Ich weiß, du willst uns besiegen, aber das schaffst du nicht. BAM! Sehr schön. Oh Gott, das war knapp. Na komm schon. Na komm, komm schon, komm. Kannst du nicht mehr. Man kann sein. Sehr schön gebrochen und aufs Baul. Und noch ein Kamehameha hinterher. Oh Gott. Okay, kann sein. Und das hinterher, aber es hat er sich nicht erwischt. auf ihn sieht gar nicht so viel ab wie ich gedacht hab schade oh Gott da kommt schon so ausweichen nein oh Gott ok komm schon komm schon nein das war so nicht geplant ein nächster Versuch bitte Vegeta hör auf Kumpel danke ich liebe diese Szene oh nein was oh schade aber wir schaffen das Konzentration und dann wird das auch was ok wir kontinuieren na komm schon wie geht lass es sein Freund lass es sein sein aufs Maul Energie sammeln Energie sammeln Energie sammeln nein das war nicht gut aber ok wir haben wir haben schon nein oh das haut echt rein nein und Kamiamiha für dich nooo ok 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 mehr Konzentration ich konzentriere mich gerade zu wenig noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr mehr ausweichen und weniger versuchen den Super Saiyan 2 Modus zu kommen ja schade schade Kajak sehr schön gut ja und ausweichen und weiter gehts ja was war das denn das war interessant und das hinterher schade na komm oh ich darfst dann gucken komm du nicht angreist kräftig man und das noch einmal Energie sammeln na komm schon komm schon ja Mist und das noch nein was zum das kam echt überraschend und komm schon yes Vegeta oh sehr schön mit dem Tritt ins Gesicht haben wir Vegeta Majin Vegeta besiegt 5000 Punkte beziehungsweise 6008 und ich würde sagen wir geben mal einen Punkt auf Künste oder Fähigkeiten Künste oder Fähigkeiten ich gebe auch Fähigkeiten vielleicht bringt uns das ja was und wir kriegen mehr Slots für mehr Sache ok komm wir versuchen es mehr als versuchen können wir es nicht wird schon schief gehen auf 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 Es ist eine Schwierigkeit, um sich aus solch schädlichen Entschuldigungen zu sein. Du bist lieb! Ich weiß, dass du das wirklich nicht glaubst! Alles klar, du wirst gewinnen. Wir werden unseren Kampf bis jetzt übernommen. Und Gohan auch? Ich kann Majin Buu nicht alleine lassen. Ich muss mich jemandem verbünden. Aber mit wem? Ich habe kaum noch Zeit. Okay, das klingt nicht gut. Wir haben Vegeta auf jeden Fall besiegt, aber... Anscheinend wurde Vegeta inzwischen nochmal besiegt. Von Buu, der jetzt erwacht ist. Wie vorhin gesagt, bzw. falsch gesagt, wie ich vermutet hatte... Buu ist momentan noch in seiner noch nicht ganz so starken Form, aber dennoch stark genug. Und wir haben hier einen Dragon Ball. Nehme ich den mit 5 Sternen. Das sieht ganz gut aus, aber... Ich vermute, wir werden es nicht mehr schaffen, alle zu finden. Haben wir da hoch nochmal? Schade, nichts da. Ich hätte sie ja schon gerne alle. Das wäre echt... Oh, es gibt noch was. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Wir haben was gefunden. Eine weitere Kapsel und drin ist... Ja, das Abzeichen von Ingenius Sonderkommando. Wir schauen noch mal die Skills. Haben wir jetzt wirklich einen Platz mehr? Nein, natürlich nicht. Okay, dann nicht. Hätte klappen können. Aber... Hat es nicht. Okay, wir machen es jetzt auf dem Weg. Und schauen, was mit dem Dämonen Buu ist. Und zwar hier unten. Auf Gottes Plattform? Auf Gottes Plattform? Hey, Krillin! Piccolo! Great! You're not statues anymore! You guys had me worried for a second. Goku! Boy, am I glad to see you! You're the only one who could stop Majin Buu! Actually, I'm not sure that I can beat him. There's virtually no difference between Vegeta's power and mine. But there is one way. If we had two warriors with similar power and body types, we could use the fusion technique. What about those two inside? Young Goten and Trunks? Their power and size are almost identical. Could they do the fusion? Yeah, of course! That's it! Mr. Popo, you're a genius! Listen, I'll go try to slow Majin Buu down before he destroys the Earth. You'll have time to teach them the fusion technique. Are you sure about this? If Dad and Gohan couldn't beat Majin Buu and you can't beat him, how are we supposed to do it? Well, you'll just have to trust me on that one. Alright then, I'll be back soon. Try to gather everyone here, if you can. Okay, the world has so much hope and it's called... Song Goten and Trunks. The two children. But you have to say, Trunks is this time... That's our Trunks, so to say. That's the same person. So, you're Majin Buu. I guess Vegeta and I have underestimated you. We really didn't think you'd be this powerful. Here, why don't I teach you a thing or two about Saiyans? What you're seeing now, this is my normal state. This is a Super Saiyan! And if I push it beyond that, you get Super Saiyan 2! And this is to go even further beyond! I call this one Super Saiyan 3! I call this one Super Saiyan 3! I call this one Super Saiyan 3! Sorry, that took so long! I haven't had much chance to practice this transformation! You're not scared! Big hair makes you big funny! We're trying to fight against the demon Buu, which looks very interesting. But I have to say... ... another big thing around that is estranged. Come on! You hurt me! See? Sorry, wait, you're not effective! You are sorry? Do you know what I mean? ... dieses mal klein ist und aus unserer zeit kommt okay 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 ich habe kaum eine schnitte gegen den weil er echt stark ist komm schon das war interessant okay da hat es nicht einfach gehabt also da hat es einfach gehabt so rum das war ja fast schon desaströs alter du dicker klopfst du das ist ein ganz unangenehmer gegner das ist ein bisschen Ruhe oh Gott oh Gott na komm schon dickerchen mit seinem komischen Wubbelarm der macht keinen Spaß ok 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 na komm schon Mann Typ ist das und ja ja hör auf damit hör auf damit natürlich und schon das oh wie viel da rein haut das ist ja unfassbar da kommt schon dicker das endet böse das endet böse da einfach immer trifft egal was ich mache oh shit man muss sagen der hat es wirklich drauf dieser dämon ja komm schon ja ja komm schon hör auf hör auf zu spielen man da fliegt er und zurück mit ihr ich bin doch nicht fertig da kommt schon da kommt der der Dicke da kommt der der Dicke und aufs na nein oh oh da kommt schon und nochmal und nochmal die Wand mit dir oh nicht mehr schmiedern und und oh shit oh komm und ausweichen zum Guckuck und drauf kloppen yes und nochmal Kamehameha oh komm schon wir haben ihn fast nein oh was war das denn komm schon komm schon jetzt mach ich schlapp hör auf damit hör auf damit hör auf damit dicker yes boost down zumindest in seiner ersten Form es gibt wieder 8423 Punkte und ich denke davon gönnen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Gesundheit das geht komplett in Ordnung Spezial Skill aktiviert Super Saiyajin 3 dafür gibt es eine Stimmdatei aus der Original Story die Nummer 13 das passt und brauchen wir nicht und weiter geht's